Über einstimmenden Medienberichten unter anderem Sky und Fabrizio Romano zufolge soll der FC Chelsea Kontakt zu Julian Nagelsmann aufgenommen haben. Der Ex-Bayern-Coach gilt als Top-Kandidat auf eine potenzielle Nachfolge von Graham Potter. Wie konkret die Gespräche dabei gewesen sind, ist zwar nicht bekannt, aber die Kontaktaufnahme soll grundsätzlich positiv abgelaufen sein. Laut Bildinformationen soll es aber so sein, dass Nagelsmann seinen Bayern-Aus erst einmal bis zum Sommer sacken lassen und verarbeiten möchte, bevor er sich einer neuen Aufgabe widmet. Und diese neue Aufgabe könnte beim FC Chelsea beginnen. Potter überzeugt bislang so überhaupt nicht und sollte sich das in den nächsten Wochen bzw. Monaten nicht ändern, dann ist damit zu rechnen, dass er Chelsea am Saisonende verlassen muss und dann könnte durchaus Julian Nagelsmann für ihn übernehmen. Wie zu erwarten wird Nagelsmann also wohl gar keine Probleme haben, eine neue hochkarätige Herausforderung zu bekommen. Sein Aus bei den Bayern scheint seinen Image also keinen allzu großen Abbruch getan zu haben. Und ja, bei Chelsea hätte er dann die Chance, aus einem starken Kader auch eine starke Mannschaft zu formen. Der Reiz wäre hier ohne Zweifel gegeben. Mal abgesehen davon, dass er in London mit Sicherheit auch wieder gut verdienen würde. Auch das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Und jetzt wird es auch nochmal richtig interessant und zwar soll es laut Florian Plettenberg so sein, dass wenn Chelsea Nagelsmann tatsächlich als Potter Nachfolger haben möchte, dass die Bayern dann auch eine Ablöse fordern wollen. Wie hoch diese dann ausfallen würde, ist jetzt natürlich erstmal spekulativ, aber klar ist, Nagelsmann ist ja noch bis 2026 an die Bayern gebunden, bis dato ist er ja erstmal freigestellt. Die Bayern erhoffen sich hier natürlich einen Teil der verbrannten Millionen zurückzubekommen, aber ob das Ganze auch so klappt, sei erstmal dahingestellt, denn die Verhandlungsposition der Bayern ist hier nicht die allerbeste. Da bin ich dann, was den Sommer angeht, auf jeden Fall mal richtig gespannt, was da passiert. Ausgang stand jetzt offen. Und an der Stelle jetzt natürlich die Frage an euch, Julian Nagelsmann und der FC Chelsea, könnte das passen? In England hält man ja bekanntlich ziemlich viel von Nagelsmann. Naja, wie auch immer. Eure Meinung dazu, schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten Freunde, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.